Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Für den seasonalen Titel benötigt ihr unter anderem den Triumph Fiebertraum. Dieser sagt aus, dass ihr vier Gegner in den Nischenbereichen der verlassenen Leviathan besiegen sollt. Damit ihr hier nicht so lange suchen müsst, zeige ich euch einmal, wo sich die entsprechenden Gegner in den entsprechenden Nischen befinden. Los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.